Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es im Titel gelesen, Kanal umbenennen. Irgendwie bin ich natürlich auf den Toto so ein bisschen verhaftet hier. Ihr seht das, ich habe einiges am Stecken hier. Also vielen Dank für die Einreicher. Hier den Xizuma vom Clan Cloud 21, der mir dieses Snackbar oder Hotel oder Motel, was es auch immer ist. Also dort ist der Name Toto auch schon ein Begriff und ich habe auch eine Lottoannahmestelle, die nennt sich da Toto Lotto. Also auch da bin ich irgendwo schon im Geschäft drin, ganz, ganz tief. Also irgendwo bin ich natürlich mit dem Namen so ein bisschen verbunden hier. Toto Clashed. Wie bin ich eigentlich damals auf den Namen gekommen? Ja, auf den Namen bin ich natürlich gekommen. Oh, den können wir eigentlich mal mitnehmen. Ich hoffe, ihr stört euch nicht, wenn ich nebenher ein wenig rumfahme. Ah, nee, den nehmen wir nicht mit. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Also der Name Toto kommt von irgendwo, weil jemand meinen Namen nicht so richtig aussprechen konnte und da irgendwo Toto gepasst hat, da hatte ich meinen Namen Toto irgendwo weg. Und ja, das Clashed, das fiel mir etwas später dann ein, weil das passte dann natürlich irgendwo hier zum Spiel. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und so ist auch der ganze Kanal eigentlich entstanden. Oh, da muss ich jetzt meine Queen doch schon mal ein bisschen in Wut bringen hier. Ich bin noch mit der Armee von gestern Abend unterwegs. Wer gestern Abend im Stream war, war wieder eine gesellige, nette Runde auf Twitch.tv und auch dort kann ich meinen Namen eigentlich umbenennen. Auch dort kann ich eigentlich den Toto Clash zu irgendwas anderem machen. Also vielleicht habt ihr Namensvorschläge, denn irgendwo kann ich Clash of Clans spielen. Ich kann Clash Royale spielen, überall wo Clash vorkommt. Aber was anderes kann ich nicht spielen. Ich wollte gestern eigentlich eine Runde WoW Classic spielen. Da hat mich dann aber die Warteschlange von abgehalten, dass ich das Game zocke. Und deswegen hatte ich gedacht, nee, das lässt sich lieber, das passt auch da nicht. Irgendwo so Toto Clash spielt, World of Warcraft Classic. Das passt irgendwie nicht und deswegen hadere ich da schon die ganze Zeit mit mir rum, mich da nicht vielleicht doch mal irgendwo umzubenennen auf irgendeinem Kanalnamen. Also Toto zockt, könnte schon passen, dann ist das ganz unabhängig vom Game. Und es wäre ganz schick, wenn die Queen hier jetzt vielleicht doch nochmal... Ach ja, meine Maubrecher, die gehen nach dort auf den Magiertum. Okay, da haben wir das jetzt aber schon mal gepackt. Dann können wir hier jetzt mit unseren Hunden weiter reingehen. Wir haben noch zwei Luftabwehren, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann lassen wir die Hunde hier mal ganz, ganz weit fliegen. Einmal nach da, 1, 2, 3 und einmal nach hier. Und nehmen unsere Loons mal von hier ganz, ganz hinten mit. Die müssen jetzt allerdings noch ein bisschen in PS rein hier. Ich verbrate hier zwar alle meine Eilzauber, aber die müssen hier in die Mitte rein. Das ist jetzt gerade mal wichtig. Den können wir hier schon mal setzen für ein Clean-Up. Und, ah, die... Ja, habe ich nicht drauf geachtet, wieder der doofe Feger. Naja, Toto. Toto, ja, Toto Clashed. Naja, also ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, aber ich würde das schon gerne, schon gerne machen an der Stelle. Nur, mir fällt kein gescheiter Name ein, sodass ich nach wie vor trotzdem mit Clash of Clans noch ein bisschen identifiziert werden kann. Ich meine, Toto Clash findet man danach immer noch. Viele, die sich umbenannt haben, findet man auch nach wie vor mit dem alten Namen irgendwo. Da muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber den haben wir schon mal ganz gut gerissen hier. Die gehen da bei dem King rein. Okay. Ah ja. Wo bin ich stehen geblieben? Gestern beim Farmen. Ja, ich muss hier noch ein bisschen was mit dem Account machen. Ihr habt das gestern vielleicht mitbekommen. Ich habe auch mit dem hier ein wenig rumgefarmt. Habe so ein bisschen Clanspiele gemacht. Der soll hier jetzt auch mal ein bisschen wachsen, damit der Barfuß irgendwann mal auf 10 gehen kann und er hier ein ordentlicher 9er wird. Und da arbeite ich eigentlich drauf hin. Ich habe, glaube ich, noch ein Clanspiel angenommen. Warum nehme ich das eigentlich immer an? Ich möchte es never machen. Ich musste den Emulator eben einmal neu installieren. Der war irgendwie buggy. Und warum mache ich das eigentlich? Damit ich auch die Punkte hier mal zusammenkriege für die Errungenschaften, für die Erfolge. Ich glaube, das hier ist immer sehr, sehr einfach. 7.500 Dunkles in einer Stunde. Wir nehmen die Armee hier nochmal nach. Den Pass habe ich schon fertig. Den habe ich gestern Abend auch abgeholt, den Pass. Und bis auf ein einziges Reward. Das ist hier das Heldenbuch. Denn ich habe noch ein Heldenbuch. Und ich wollte das eine Heldenbuch jetzt verbrauchen. Es geht sowieso hier Schlag auf Schlag bei Clash of Clans. Eben mal boosten. Denn es kommen, oder die Clanspiele gehen erstmal um. Jetzt am morgigen Tag, 21 Stunden. Und dort gibt es ja auch wieder ein Heldenbuch. Ich würde gerne das Heldenbuch nehmen. Denke ich mal. Das heißt also, ich muss es dann verbrauchen. Oder aber ich muss richtig viel reinfarmen hier mit dem Account. Dass ich meine Helden auch machen kann. Und zum weiteren, es gibt dann neue, doch nochmal neue Events hier. Das habe ich gestern Abend auch angesprochen. Dass Clash of Clans auch hier ein bisschen auf der Stelle tritt. Jetzt kam hier tagelang gar nichts. Aber die letzten drei Tage hauen sie hier nochmal rein. In knapp zwei Tagen, also etwas unter zwei Tagen, gibt es nochmal schön ein Gem Army Boost. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich hoffe, das hält dann auch bis zum Ende der Geburtstagsstrecke hier an. Dann müssen wir ein paar Townhalls machen. Kriegen kalte Füße mit den Ice Golems. Okay. Und nochmal einen Drachensturm. Also mit den Drachen angreifen. Und natürlich in vier Tagen, 21 Stunden, gibt es die nächste, die elfte Clan War Liga. Hier bei Clash of Clans bin ich auch sehr gespannt. Da halte ich euch auch auf den Laufenden, was wir im Clan Deutschland machen. Das heißt, das ist dieser Clan hier, wo der schief barfuß rumeiert. Und was wir hier machen, ich denke, ich kann mir hier auch wieder vorstellen, dass wir hier wieder einen 15er spielen. Wir spielen in Gold 2. Da müssten mal wieder 10er und 9er reichen. Vielleicht werden wir diesmal 30 Stück mal sehen. Also 15 in jedem Fall. Ob es dann 30 Stück werden, das sei mal dahingestellt. Ich will das mal ein bisschen eher ankündigen, wenn ich hier den Clan wieder mit dem Hausmeister aufmache und wir hier sicherlich wieder Liga spielen können. Für die, die wieder ein paar Marken mitnehmen wollen und wieder ein bisschen Spaß haben wollen, ist das sicherlich immer eine ganz coole Sache. Wir lassen den King eben mal recken. Und ich überlege mal, ich gehe mal tief in mich, was es da noch so für Namen geben könnte, hierfür sehen, für den Toto Clashed. Da kommen die kleinen Bowler in meine Clan-Buch und ich kann wieder auf die Suche gehen. Ja, Kanal umbenennen. Das war ja eigentlich das Thema. Es gibt, ich kann mir vorstellen, so ein Toto LP, also so ein Let's Play vielleicht. Aber dann, wenn dann mal ein Vlog kommt, dann passt das auch wieder nicht zum Let's Play. Und ein Toto Gaming, ich weiß nicht, das hört sich alles so komisch an. Man will ja auch dann irgendwo gefunden werden. Und wir können das aber gerne weiter ausdiskutieren auf Twitch.tv morgen am Mittwochabend wieder Livestream, also geplanter Livestream. Eiei, die sind gar nicht mal so schlecht, die Dörfer. Und dann claschen wir sicherlich weiter. Oh, das hatten wir doch gerade, ne? Aber ein bisschen schwächer. Und jetzt gucke ich gerade die ganze Zeit auf die Luft abwehren, aber ich bin ja mit einer Bodenarmee unterwegs. Ja, können wir das weiter ausdiskutieren. Und ja, vielleicht lasse ich euch einfach mal was einfallen, wo die Reise hingehen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mache. Vielleicht gibt es ja auch die, den einen oder anderen, der da sagt, nee, mach das mal nicht. Habe ich eigentlich ein Clanspiel jetzt dabei? Habe ich jetzt ein Clanspiel dabei? Ah ja, ich habe ein Clanspiel dabei. Dunkles. Die dann sagen, nee, behalte mal den Namen. Das passt einfach zum Kanal. Natürlich ist Clash of Clans hier mein Hauptspiel, gar keine Frage. Aber es gibt ja auch andere Spiele, die ich immer ganz gerne zwischendurch zocke und oder auch mal anspiele, so wie gestern Rush Wars. Das habe ich übrigens noch nicht weitergespielt. Da hält mich im Moment die VPN-Software von ab, weil ich da nicht so viel Volumen habe und ich möchte eigentlich da nichts kaufen. Nur weil ich ein bisschen Beta teste, da muss ich mir ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber der hat auch schon wieder Infernus. Das ist ein bisschen doof. Und, äh, ja, wie gesagt, wir können da gerne mal, oh, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Queen ist da. Wir gehen der Queen mal entgegen, glaube ich. Was habe ich? Alter, 15 Mauerbrecher. Och, komm, Toto, ey. Ah, wieso habe ich denn jetzt 15 Mauerbrecher schon wieder dabei? Mann, Mann, Mann. Ah ja, egal. Egal, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Wir nehmen hier einmal die Magier. Wir müssen hier so ein bisschen funneln. Mal eben. Einmal da und einmal dort. Und dann können wir hier die drei Packies nehmen. Mit denen dahinter. Den Bowlern dahinter. Und jetzt können die eigentlich nur noch gleich Richtung Queen gehen. Ah, da gehen schon die ersten Richtung Queen. 15 Mauerbrecher, ey. Oh, in a row. So, mal sehen, wie die hier durcheiern. Alter Falter. Oh, die kommen da aber richtig gut durch. Bis zur Mitte. Bis zur Mitte sind die gekommen. Nicht schlecht. Dann können wir hier hinten beim King springen. Das ist eine coole Sache. Und was haben wir denn jetzt in der Mitte eigentlich? Wir haben da die beiden Packardamen. Okay. Wir haben die beiden Packardamen schon mal in der Mitte. Da am King geht es ein bisschen. Ah, den gifte ich mal ein bisschen weg. Den nehme ich auch viel zu wenig, den Gift. Das hier auch mal ein Helden gifte. Hier nochmal den Wut bei den Packardamen. Außen der King. Jawohl. Dann können wir, glaube ich, hier mal mit einem Minion weitermachen und hier den nächsten setzen. Was habe ich noch? Drei Glücksbogey-Damen. Die setzen wir mal von da außen. Ja, dann haben wir den auch ganz gut gemacht. Und so kann das hier mit dem Totoclast einfach mal weitergehen. Ja, mal sehen. Ich hoffe, das ist kein Hirngespinst von mir oder so, sondern ich habe das schon so ein bisschen fester im Blick. Die Musik kriegen allerdings Sinn. Und ich habe mit dem Gedanken schon etwas länger gespielt. Nur an der Umsetzung hapert es dann. Also es hapert nicht. Es ist einmal umbenannt und dann ist der Kanal umbenannt. Aber es sollte auch vernünftig geplant werden. Und dementsprechend würde ich das Ganze gerne so abschließen. Oh, haben wir gar nicht ganz geschafft. Naja, mal sehen, wie viel Dunkles wir jetzt noch mitgenommen haben. Zwei, drei, neun. Ja, ich weiß nicht, ob der Bonus dann immer mit in sich spielt. Ah, nee, der Bonus geht dann nicht. Der geht dann nicht da mit rein. Wir nehmen die Armee aber ruhig nach, auch wenn sie ein bisschen Dunkle kostet. 779, das können wir uns gerade noch so leisten. Aber wir könnten erstmal ein paar Mauern machen, glaube ich. Ihr seht das, ich gehe immer von innen nach außen vor, obwohl das eigentlich Latte ist, wie man vorgeht. Aber ich kann richtig viele Mauern im Moment machen. Und mit dem Account geht es dann auch so ein bisschen dem Ende zu hier. Also Rathaus 9 durchmexen. Ich habe übrigens auch noch was anderes festgestellt. Da werde ich die Tage auf euch zukommen. Denn ich hatte mal im Januar eine Folge gemacht. Da war der echte Toto nämlich auf dem Weg, ein Max Rathaus 8 zu werden. Das ist der jetzt schon ganz, ganz lange. Den können wir natürlich auch mal ein bisschen weiter prügeln. Und das waren jetzt mal richtig viele Mauern gerade für mich. Oh, jetzt habe ich aber auch wirklich nichts mehr an Elex. Und eine Mauer noch. Ah, da geht noch eine. Da geht noch eine. Ah, Mauern machen. Das macht Laune. Haben wir hier noch ein bisschen was drin? In der Trasche. Oh, nee, die ist leer. Okay, die ist leer. Und den nächsten Bonus gibt es auch erst in 10 Stunden. Okay. Gibt es erst in 10 Stunden. Dann müssen wir mal mit dem auskommen, was wir jetzt gerade haben. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir lassen eben nochmal recken. Machen natürlich noch einen dritten Angriff hier. Sodass wir hier unseren King in jedem Fall, glaube ich, hoch prügeln können. Mh, schmeckt. Sehr schmeckt, Leute. Richtig viel Loot am Start hier. Vor allen Dingen super viel Dunkles für mich. Und ich glaube, ich habe auch eine passende Armee dabei. Ich muss eigentlich nur sehen, dass ich jetzt die Queen irgendwo wegpitche. Und dann gehen wir mal hier rein. Da könnten mir dann auch so ein bisschen wieder die Babydrachen bei helfen, die Queen zu eliminieren. Nein, ich verliere die Queen hier. Ich kotze, ey. Ach, da verliere ich die Queen hier. Ja, ja, okay. Okay, das muss ich jetzt irgendwie kompensieren. Mal sehen. Mauerbrecher. Mauerbrecher müssen hier rein. Und mal sehen, was der... Alter, zwei Fails auf einmal. Zwei Fails auf einmal. Habt ihr das gesehen? Zwei Fails auf einmal. Okay. Dann schauen wir mal, ob der Kollege irgendwas in der Clanburg hat. Hat er aber nicht. Glücklicherweise zumindest nichts für Luftruppen. Und dann muss ich der King jetzt durchprügeln. Oh, nicht schlecht. Komm, King, hau rein da. Ah, ja, ja, shit. Das passiert mir auch nicht ganz so oft. Aber mal sehen, wie weit der King hier kommt. Der kommt sicherlich nicht bis zu einer Luftabwehr. Ich würde aber trotzdem ganz gerne so ein bisschen Loot hier mitnehmen. Mal sehen, wie die Fäger stehen da und da. Das sieht noch ganz gut aus. Wir können... Wir haben noch 1,57 Zeit. Komm, King macht das da. Ah, ich muss den jetzt doch ragen. Ich muss den jetzt doch mal durchragen. Und gehe hier jetzt... Glaube ich. Ich glaube, ich gehe mal so durch hier. Mal sehen. Einmal, zweimal und die bringen wir jetzt mal hier in Eile. Oh, da geht er doch. Da geht er doch noch auf eine Luftabwehr. Keiner Scheiß. Der geht doch noch auf eine Luftabwehr drauf. Ah, ja, 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 ja. Aber trotzdem wird das eine ganz schwierige Geschichte hier. Ah, der eine Fäger da. Oh, nein. Der eine Fäger dreht sich da jetzt doch um. Ah, Mist, Mist, Mist. Ja, okay. Einmal noch so ein Fail hier. Da seht ihr das. Die Loons kommen da fast nicht mehr ran. Ah, jetzt sind sie zwar noch in der Mitte, aber ich habe jetzt nichts mehr in der Mitte. Die werden da nahenlos abgeballert von allem. Das war es mit meinem schönen dunklen... Naja, Rathaus blieb fast stehen. Und wir haben nicht mal einen Stern gekriegt. Ah, okay. Dann nehmen wir das mit, was wir noch haben. Ist egal. Aber ich habe noch was anderes entdeckt für euch. Bleibt also kurz noch mal dran. Denn, ähm, ich habe eben noch was gesehen. Allerdings gibt es das auch mal wieder nur im englischen Client. Also, Client wieder auf Englisch stellen. Okay, Fail des Tages. Vom Toto hier. Ach, ärgerlich. Sehr ärgerlich. So viel Loot liegen lassen jetzt. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Jetzt habe ich die Challenge natürlich auch ein bisschen verrissen hier. Ähm, aber wir machen in jedem Fall weiter. Kurzer Cut. Ich springe mal eben auf ein anderes Device, wo ich eigentlich die nächste Aufnahme von machen wollte. Und da bin ich jetzt auf dem Tablet. Ich bin auf dem Alex-Account. Der hat noch gar keine Liga. Da muss ich mir erstmal eine Liga mit erkämpfen. Aber, was mir aufgefallen ist, oder was euch vielleicht aufgefallen ist, ähm, es gibt hier im Englischen, ähm, immer News, Events und For You. Also diese drei Registerkarten dort. Ist immer eine mehr als im deutschen Client. Deswegen, ihr müsst umstellen, um das hier zu sehen. Es gab ein optionales Update. Und ihr seht hier die Release Notes. Und die passen eigentlich auch ganz gut. Einiges sind so Kosmetikveränderungen. Aber, hallo Chief. Ähm, es ist ein optionales Update rolling out in the App Stores. This contains the following changes and bug fixes. Das Ganze gibt es im Moment auch nur im Englischen. Vielleicht, äh, wenn dieses Video rauskommt, auch schon im Deutschen. Aber die Legenden-Attack-Menü. Gains a battle lock. A tab showing and attacks defenses from the current and pervicious league days. Also auch die vorherigen League-Tage oder Liga-Tage werden dort nochmal angezeigt. A low-changing Hero-Skin with while heroes upgrading. Okay, also der Held soll auch im richtigen Skin wieder aufwachen, wenn er gerade im Upgrade ist. Naja, sei mal dahingestellt. Stopped level up animation from playing while you are in middle of an attack. Also, es gibt keine Animation mehr oder die Animation ist weg, wenn irgendwas updatet und du bist mitten in einem Kampf. Sondern erst, wenn du zurück in dein Dorf kommst, wird hier die Animation angezeigt. Beziehungsweise dann taucht kurz auf, was weiß ich hier, Battle Machine auf Level 21 fertig. Fixed Builder Base, a text screen to show multiple buildings traps under construction. Das ist mir aufgefallen, als ich zwei Bauarbeiter in der Builder Base beschäftigt hatte mit meinem Rathaus 12. Beziehungsweise mit dem Thorsten Account, dass dort nur ein Update angezeigt wird. Jetzt werden also alle Updates dort angezeigt und Show Current Town Hall 12 Weapon Level in Village in Player Profile. Das stimmt tatsächlich. Ich habe hier das optionale Update. Das ist ein optionales Update. Leute, noch nicht gemacht. Und wir gucken uns hier mal die Miele an. Der ist immer, also hier sieht man, dass das eigentlich immer ein Rathaus Level 12 ist und erste Ausbaustufe. Also mit der römischen 1. Wir werden jetzt mal das Update eben machen. Und dann gucken wir mal, ob die Unterschiede wirklich da sind. Da haben wir das Update gemacht. Und jetzt gucken wir, wir gucken uns sofort den Miele an, wie er denn jetzt aussieht. Also mein Clan der Miele hier, Profile. Und jetzt sehen wir, dass die römische 5 da ist. Also jetzt kann man sehen, es ist ein Rathaus 12, schräger Ausbaustufe 1, 2, 3, 4 oder 5. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Muss ich mal so sagen. Aber mir ist auch aufgefallen, es gibt hier jetzt eine Registerkarte im englischen Client mehr. Nämlich More. Die gibt es allerdings auch im Deutschen. Da heißt sie einfach nur mehr. Aber die Registerkarte, die ich immer noch sehr, sehr gut finde, vor allen Dingen für Clash of Clans Einsteiger, die Registerkarte 4U, mit den verschiedenen Strategien, mit den Attack-Strategien, mit den Guides, die fehlen im deutschen Client nach wie vor. Also da müsst ihr nach wie vor auf Englisch stellen. Und auch hier bei den News gibt es natürlich immer andere News als im deutschen Client. Im deutschen Client seht ihr zum Beispiel noch das Beach-Party-Club-Endspiel, was ich gestreamt habe. Das taucht hier natürlich nicht auf. Das sind englische News hier. Und das ist aber nicht so schlimm. Das kann man so hier nehmen. Börse-A-K, könnt ihr euch angucken. Ist ein bisschen älteres Clash-O-Rama, glaube ich. Clash-O-Rama, ja. Und also die Release-Notes hier haut auf auf jeden Fall das optionale Update. Und hier baue ich im Moment nichts aus. Aber wenn man hier auf Attack geht, dann steht ja über YouTube immer, was im Update ist. Und wenn man zwei Bilder hat, also wenn ihr den Otto habt und beide beschäftigt habt, dann stehen da oben auch die Sachen, die ihr dann im Ausbau habt. Also nicht nur eine Falle, sage ich mal, sondern zwei Fallen. Nicht schlecht finde ich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hier optionales Update und Namen unbenennen. Also hinterlasst mir das ruhig in den Kommentaren, sollte ich das so machen. Wenn ihr einen coolen Namen habt, immer rein damit. Und dann können wir darüber sicherlich weiter diskutieren. Morgen Abend auf Twitch.tv. Wieder Livestream mit mir und vielen, vielen anderen. Hoffe ich. Es macht dort unheimlich Spaß. Vor allen Dingen mit denen, die ich da schon wirklich, wirklich lange kenne. Vielen Dank auch da an der Stelle für den Support von euch. Und ich habe noch was vergessen. Das Bild übrigens mit dem Toto war vom Mobile Gladiator. Also auch da nochmal vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Geblischt. Bis zum nächsten Mal.